Oh Gott! Verdammt! Na los, töte es! Ach, danke man, das war echt knapp. Ja, danke, dass du ihn aufgehalten hast. Ja, wir wissen das sehr zu schätzen. Okay, Erbse, schieß ihm in den Kopf. Warte, warte, was? Augenblick mal! Er wurde von einem Zombie gebissen. Das heißt, er ist jetzt ein Zombie. Äh, dieser Typ hat gerade unser Leben gerettet? Und jetzt sollen wir ihn töten? Ähm, ja, er wird zu einem von denen. Wir, die, hört euch nur an. Wollt ihr wissen, wer der wirkliche Bösewicht ist? Der Typ, der da in diesem Haus sitzt und erwartet, dass wir unser Leben für seine Sicherheit riskieren. Seht ihr? Pflanzen müssen zusammenhalten. Hier wäre eine Idee. Anstatt hier draußen rumzustehen und sein Haus zu beschützen, gehen wir in sein Haus und essen sein Gehirn. Ja, wir gehen da rein und essen sein Ge... Warte, was? Ja, definitiv ein Zombie. Oh, wow, okay. Ich kann ganz einfach beweisen, dass ich definitiv kein Zombie bin. Lehn dich einfach zu mir rüber und ich nippe ein bisschen an deinem Pflanzenhirn. Äh, wie, wie würde das... Ich würde es nicht genießen, okay? Ich meine, ein Zombie würde es genießen. Du weißt schon, dein Gehirn zu essen. Dein großes, leckeres, saftiges Pflanzenhirn. Es tut mir so leid, Mann. Was? Nein, komm schon. Aua, 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 oh Gott, au. Du hast das Richtige getan. Auf jeden Fall. Du hattest keine Wahl. Oh, wow. Lass uns darüber reden. Gehirn. Untertitelung des ZDF, 2020